Das ist mein Beta 85 HD Digital Umbau auf das GEPRC P16 HD Frame mit der KDX Nebula Pro Kamera. Intern ist das Vista Nucket Modul eingebaut, also ohne Kühlkörper was an 10 Gramm Gewicht spart. Die Propeller sind die 40mm von Beta 75X. Hinten ein ExpressLRS EP2 Empfänger. Die Motoren sind die BetaFPV 1103 mit 8000KV für 2 bis 3S Akku geeignet. Innen ist der BetaFPV F4 All in One FC mit 12 Ampere ESC's. Die KDX Nebula Pro Kamera passt gerade so rein in das GEPRC Frame. Unten habe ich den XC30 Stecker fixiert damit der nicht wackelt. Am besten passt hier ein BetaFPV 300mAh 3S Akku rein. Oder Indoor auch ein 450mAh 2S Akku. Witzig finde ich dass die digitale Version genauso viel wiegt mit den 56 Gramm wie der analoge GEPRC TinyGo 4K Whoop der hier in Platz. Fliegen tut mein digitaler Whoop sehr gut mit den gleichen Einstellungen von dem Beta85X HD Digital. Eigentlich wäre hier der Beta75 HD Digital besser für den Umbau geeignet, weil dann wären der Akku als auch die 40mm Propeller direkt dabei. Mit dem ExpressLRS Empfänger und dem Vista Modul kann ich sehr weit fliegen. Einzige Einschränkung ist eigentlich nur der Akku. Die 3S Akku schafft hier in der Wohnung mehr als 4 Minuten. Na dann viel Spass beim Fliegen.